Hi! Hey Jörke! Hey Ho! Wir haben leider die Draft schon gestartet als Song. Ja, ist gut. Aber ja, du hast hoffentlich den Weg bekommen. Ja, den habe ich bekommen. Sehr gut. Dann viel free. Immer mal gucken. Und Varian wollte aber aussterben, oder? Ja, Walter. Cue den doch einfach und eh ihn. Pfff. Natürlich trifft er mich. Vorwärts in den Kampf! Führ dir! Führ dir! Ja, ich gebe mal hier unten das Camp machen, wa? Du nicht. Geh hier unten fahren. Ja. Ja. Das neue ist direkt von der Lange her. Ich bin alleine. Ja, die kriegen doch nicht was auf. Ich krieg dir mal eine Eule mit dabei. Dann will die Ball auch holen. Ich komm gleich hoch. Oder ich bin oben. Wählt ein Talent. Ich krieg mir den Kopf zu. Jetzt gibt's nicht die. Und wieso schiebt ihr die denn zu sich rüber? Einer muss topfieren. Ich gehe zum Gäser darunter noch Belden sie. Schiss von mir, der hat sich natürlich komplett verloren. Die Schreine werden in Kürze aktiviert. Helden, macht euch bereit. Ach, jetzt hat er sich Helfer gerollt. Also ich guck abends nur rein, aber ich bin erstmal weit raus. Ja, ja, alles klar. Dann, wir haben uns. Okay. War nicht gut gekämpft. Es ist soweit. Aktiviert den Schrein und richtet seine Wächter. Dann soll uns der Bestrafer hörig sein. Ich agiere im Verborgenen. Ich agiere im Verborgenen. Wie ihr befehlt. Meine Kunden danken euch allen. Da möchte jemand Aufmerksamkeit, wa? Euer Blut wird meine Klinge überziehen. Schnell und lauflos. Ich hab so viele Stacks. Ich hab so viele Stacks. Ich hab schon neun Stacks. Wählt ein Talent. Wenn man, wenn man nicht drauf achtet, den Tänken voll abzugeben, dann ist es überall. Ich hab so viele Stacks. Ich hab so viele Stacks. Es war mir eine Ehre, gegen einen solch würdigen Redner zu kämpfen. Das ist halt nicht so ein Atemmonitor, der immer da abnackt noch. Alle 10 Sekunden verlierst du ja ein Foto vom Leben. Die wollen aber auch alle sterben können, das? Ja, die gehen voll lau. Ja. Blutrausch. Müssten wir das Ding mal zu Ende bringen jetzt hier. Solange die immer wieder kommen und einzeln geht da doch. Wir konnten einen Nerva bestrafer beschwören. Fühlt getötet. Gute Kämpfe. Der Gegner konnte unseren Bestrafer bezwingen. und von meinen zwölf Stacks mit dem E-Hamsen 2 erst auf auf sich nicht bewegende Gegner gegangen sind ich gehe das einfach immer in den Weg rein und die laufen eben mal rein die laufen eben mal rein weil es aber wird gar nicht weggegeben laufen, nee ich brauche Verstärkung ich glaube ich gehe sogar mal auf wie sieht es aus? mach mal, ich mach mal ein Damage, ich will ja so gut wie aber du willst jetzt den Bot weißt du nicht den Bot du willst den Bot? und jo Velo, kannst du Top pushen? ach so, ja kann ich auch wir gehen runter, du machst Top mit Camp kriegst du easy das Fault und wir können hier unten hier ein bisschen desfackten noch ähm, dieser werden gelaufen der Ass, wo kommt ich clear die Wave hier oben, die doppelte und der Hirn direkt wieder weg das ist ja zu übermütig wenn ich ihn doch nicht hätten wollen ach schade, ich habe gedacht schon das ist ja zu übermütig wenn ich ihn doch nicht hätten wollen ach schade, ich habe gedacht schon das ist ja zu übermütig das ist ja zu übermütig Meine Klinge ist gezogen und bereit, Blut zu vergießen. Der ist wohl nicht top durchgefischt. Wo kommt denn da noch, ey? Ich hätte die Lane hier gar nicht geklärt. Kommt, hopp, kommt ja noch ein bisschen auf. Scheiße. Und Rinder. Scheiße. Was kommt, die Spiegel wieder laufen jetzt in die falsche Richtung. Ich hab meinen Stumpf gefehlt. Ja. Ich hab meinen Stumpf gefehlt. Die Engel sind euch wohlgesonnen. Doppelkill. Da war's geschehen und die war war. Ich hab meinen Amt gestorben. Für alle Menschen. Ich agiere im Verborgenen. Vortrefflich. Wir konnten einen Eisbestrafer beschwören, der uns im Kampf beisteht. Spurlos verschwunden. Euer Wille ist stark sterbliches Wesen. Ich stehe zu. Vor, zerstört. Stellt euch mir. Meine Funden danken euch allen. Wählt ein Talent. Alter Schwede. Unser Bestrafer unterlag. Ich geh mal nach oben. Scheiße. Wir kommen nicht raus. Wir können hier nicht verstehen. Ich könnte hier ein bisschen Verstärkung brauchen. Ich wohne alcool. Bleib wachsam. Etwas lauert in der Nähe. ich agiere im verborgenen ein geist drei körper ich werde den namen meines klans rein ein geist drei körper lasst uns diese sögnerlager einnehmen die 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 Oh, die Eben. Hast du nicht das Kerl gemacht? Nee, ich war dabei, aber aus irgendeinem Grund hat er nicht meine Spiegelbilder angegriffen, sondern immer mich, egal ob ich getauscht hab oder nicht, das sehe ich gerade fast gestorben. Wir halten immer das Target an, was am nächsten dran steht. Ich war gerade auch etwas perplex. Wir ehren die Klingel! In Wunzel wird ein weiterer Schrein aktiv sein. Lasst ihn nicht in die Hände unserer Gärtner fallen. Jawoll, geht's doch nicht mehr. Oh scheiße. Ich geh raus. 29 hab ich, übergut. So wie jetzt hier die Stande. Oh ja, ist zugerinnen. Spurenlos, Spuren. Waren kommt von oben ich bin auf dem Weg, ich bin auf dem Weg krass ich heil dich, ich heil dich ich muss hier alle heilen aber warum bringen sie einen ganz scheiß scheiß die Arme, man unser Gegner hat einen Arkan-Bestrafer herbeigerufen warum haben die mich abgegeben kurzzeitig einfach mal kurz rausgehen er springt ja, lass dich mal anjumpen jetzt schaut es schlicht aus nein, was macht ihr denn? der Wind da raus ausgezeichnete Arbeit heilen der gegnerische Bestrafer wurde gerichtet ich geh Mitte dürfen wie ihr befehlt wie ihr befehlt kostet meine Klinge ich agiere im Verborgenen stech und eine גם habe Koste meine Klicke! Spurlos verschwunden! Wird das gewertet, oder? Ja, nichts mehr, wenn wir am Trond. Da helfen wir besser mal! Boah! Unser Verbindeter, wenn wir helfen, der Hatz! Die Schergen der Hölle zertrümmern unsere Forks! Obwohl die ein Level behind sind, machen die doch echt gut. Haben wir jetzt wieder gleich auch, ne? Ja, das hat sich komplett gedreht. So oft. Achtung, top! Oh, shit! Ey, irgendwas! Mach das doch mega Flächenschaden! Das ist halt einmal der Flächenschaden und dann halt immer der gesammelte Standard! Das ist echt krass! Ja, was für euch das ist! Ja! Ja! Wir herstellen ihr euch einfach! Ja! Oh, was ist das? Ganz ruhig! den Schein. Lasst nicht zu, dass unser Gegner die Macht des Bestrafers beanspricht. Ach Felix, ich hatte dich die ganze Zeit gemutet. Warum du nicht laberst, jetzt habe ich es erst gemerkt. Keine Tränke. Hast du irgendwas Wichtiges gesagt? Ein Geist, Dreikörper. Der ist aber noch selbst gemutet, oder? Anscheinend. Die brennenden Höllen haben einen Mörserbestrafer herbeigerufen. Ach Mann. Da, 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 da. Back, back, back. Oh shit. Er ist gejunked, fuck, er ist schon gejunked, starb. Ja, ich habe auszusehen meine Spiegelbilder da reingebated. Oh nein, ich vertriss dann, fuck. Der Bestrafer des Dämons wurde aus diesen Himmeln getilgt. Der Bestrafer des Dämons wurde aus diesen Himmeln getilgt. Eine weise Entscheidung. Ja, da sind die Dudes laufen auch nicht alleine, dass man sich da mal einen wegsnacken kann, ne? Ne. Ja, das sieht's halt an, Diablo muss sich halt was überlegen. Jetzt kommst du aber drunter? Mhm. Und dann quickly gemacht. Die Däablo ist stark sterbliches Wesen. Eure Leidenschaft im Kampf ist beeindruckend. Der Stun hat mich mal davor bewahrt in die Asmo-Kuh zu rennen. Das ist kein leichtes Spiel für Tyrande. Oh, geht er weg. Boah, Tyrande. Äh, was hattest du vor? Das war klar. Na ja, wir waren doch Überzahl an. Ja, aber da ist ja sowas auch für den Schatten. Da ist ja nicht gewischt, da siehst du ja nichts. Da kommt so eine Asmo-Kugel. Das war mein Verständnis, war einfach, wir gehen jetzt hier ein Camp machen, weil wir Überzahl sind, aber es war sehr dämlich. Ich bin schon ein bisschen in die Docksabbel. War mein letztes Game. Ja, ich war tot. Ich wär da schon auch nicht gegangen. Die Idee war nicht schlecht. Der Pfad ist vorgezeichnet. Wir wollten halt auf... ...passen, dass wir uns hier mit ihm machen. Kommen wir gleich runter. Wir wollen hier fahrt, ich bin. Jetzt kommen sie zu dir, Achtung. Fuck it. Ich bin zu spät. Ich bin zu spät. In einer Millisekunde, ey. Das hat zu lang gedauert. Ich bin zu spät. Ich bin zu spät. Das ist natürlich besser. Nein, Bitch. Ah! Das ist super! Ich hole einen Schlag-Rod und dann gehen wir schocken. Hm, aber passt gut aus vielleicht. Denkst du nicht. Ja, einer ist oben. Wir können ja nur zwei kommen, aber... Sollten wir aber hoffentlich jetzt kriegen. Mit dem könnten wir da enden. Ja, wenn sie nur läuft. Das sollte, glaube ich, das Ziel sein. Das andere könnte schwierig werden. Ich werde auf jeden Fall den Stun von dem Bestrafer follow-upen mit einem eigenen Stun. Ja. Ich werde die aufgedeckt aufdecken. Aufgedeckt sind sie. Da ist der Stun. Welch Kühnheit. Haltet euch nicht zum Doppelkill. Alle hier skinnen auf mich, Leute. Ich nicht mal leid darin. Alle mit unter 20% Herzen müssen jetzt zurück, weil sonst kommt eine Atmokugel. Macht euch tot. Jetzt. Oha. 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 Du bist gestorben? Du bist gestorben. Ja, nochmal ganz schön. Sehr gut. Sind jetzt der Stunz? Im Moment, da passt immer nur die gegnerischen Stunz. Oh, das ist ein Brawn-Rager. Leben am Limit. der zweite stand kriegt mich noch ich hab mir einfach ein Tyrande ich hab most heal und most damage aus unserem team ich hab mehr damage als fucking sujin wo hat der Diablo ein Glück ey dass der erste dran vorbei gerannt ist ich mach raus ey und der braucht mich raus 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 er geht auch nicht raus ne er wollte sterben er hat mich safe und hat dann gut gemacht komm dir gut nein 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 mann der hat doch alles auf den schulder mess gegeben oder ja und warte mal wenn sujin nicht stirbt oh gut wenn die noch nicht stirbt wenn sie nur nicht stirbt wir machen dieses gelbe erst mal zurück ja keiner gibt das zwei machen Camp zwei machen Brand Camp und das Keep hat der nicht mal das Keep hat nur noch das hat keine Wollen mehr nix ne no die sind hier oder ja ja komm ab schnell wiederfinden ich glaub die kommen aber auch schnell wiederfinden ich glaub die kommen aber auch ja ich nehm meine Chance komm 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 zusammen 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 ah da sind alle pass auf dann war beim d-abla ja ja seid bereit ja der war beim d-ablau ist hier komm abgeben 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 ein Geist ein Savo ist verloren für die Ehre noch mal Eule in das obere dritte und dann wo ja ja jetzt sind alle warte ich bin mir ein bisschen aufgehoben da rausgehen wollen lass nicht zu dass unser Gegner die Macht des Bestrafers beansprucht die werden jetzt zurück mit den Schrein rocken ja wollen wir da rein oder was ich muss mal warten oh Gott der geht da vor wenn der auch nur reingeht gehen wir rein wenn nicht dann ok er weniger dass wir da reingehen bevor es zu spät ist was ist das für ein Selbstmod da rein gehen hier wir müssen lass mal verteilen ne nicht alle durch einen Eingang rein verteilt euch dann spiegelt oder rennen wieder die Engel sind euch wohlgesonnen die Dämonen haben einen Eisbestrafer entfesselt dreifach geil wie kennen wir die ihr habt gut gekämpft oder defen geh defen geh defen was machst du jim? zu jim geht defen auch zu jim geht defen ok ich komm ich komm ich komm ich komm wie lockst du mit defen gehen? vielleicht jo aber wir können ihn nicht beenden Jamel oh Diablo geht wieder das Camp holen oder wat ja klar und zu jim können wir ihn nicht beenden wieso geht Diablo wieder das Camp holen? ich würde dir ein bisschen Verstaffung brauchen schnell und erlauben wir müssen trauen wir müssen trauen wir müssen trauen 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 euer Blut wird meine Klinge überziehen ja das Problem ist doch wieder wieso macht Diablo da unten wieder das Camp weißt du? wir haben eine Festkraft verloren wir haben eine Festkraft verloren unsere Zitadelle wird angegriffen der Bestrafer des Gegners wurde getilgt geil man 30 Minuten Game Level 26 was denn hier ey wir sind alle am Leben wir können Camp holen jetzt kommen sie hier oh wir brauchen Diablo unser Verbündeter benötigt Hilfe ja ohne den Diablo halt ich da eher ja die müssen jetzt tippen Diablo kann ich bei uns zeitgleich nicht guckt euch die scheiße mal bitte gerade an ja ich weiß die diskutieren jetzt alter ich könnte so ausschlippen Mann ey ich könnte so ausschlippen man wir haben deswegen das Camp verloren oh man immer die gleiche geil ey man wir hätten so einen schönen Fighter kriegen können du bist einer ist diesem geprühtet neuer Flut wird meine Klinge überziehen wei und wir haben jetzt den Top 2 vom Bandsenfer die holen jetzt mal ihr Camp alle Camp ja das heißt entweder pushen wir jetzt unten raus oder was die werden rüberkommen ich mag die kaufposition extrem schöne engststellen sehr geil sehr geile jetzt haben wir es ich würde finischen ja hier müssen wir hinlaufen Ja, ich komm von hinten rum. Ich krieg mindestens einen Stunt. Was? Kann denn? Der Ball nicht bekommen. Die Engel sind euch wohlgesundet. Meine Schusserwelle. Einweist, welch Kühnheit. Wir kämpfen. Weidet, der Schrein ist bereit. Im Namen der Hohen Himmel. Nice. Schön scheint. Ein hartes Game, ey. Ja. Sieg. Das darf ich nicht mehr machen, Leute beleidigen. Ich werde dir jetzt auch direkt den Pauten bei, ne? Hehehe. Was hat er denn? Was hat denn der für Talents genommen, der Diablo? Okay. Ja, das Bild habe ich auch mal eine Zeit lang gespielt, aber... 255.000 Minion-Gebäude-Damage, ne? Die Asputan hat 312.000. Hahaha. Die Asputan hat. Die Asputan hat. Die Asputan hat.